So, ich habe ein Drehzahlmesser provisorisch angebaut. Ich habe hier ein bisschen so gewickelt an der Stelle und hier oben liegt und der ist hier oben noch nicht befestigt, sondern der wird einfach nur angeklickt. Das ist nur, dass man mal sieht, ob das Ding wirklich für Drehzahlen hat. Und jetzt wollen wir mal testen, was das bringt. Ob das wirklich anzeigt, auch nicht. Jetzt in den Schock gezogen. Mal schauen, ob die gleich so anspringt. Benzinhahn auf. Den Starter hat man angeklickt. Kommt ja, geht in die Holz. Das ist eine Schock. Oh, ha, 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 aussehend. Ja, aber es hat funktioniert, man sieht es schon mal.